Also ich wusste schon ganz früh, dass ich Unternehmerin werden will. Das war für mich schon wirklich von klein auf klar, als ich so gehört habe, dass Unternehmertum so ähnlich ist wie Erfinden. Also ich wollte immer Sachen bauen, aufbauen und im Grunde als Kind wurde es mir so erklärt, du kannst Probleme lösen, etwas bauen und wenn du Kunden hast, kannst du damit auch Geld verdienen. Und dann bin ich immer daran hängen geblieben, okay, dann werde ich Unternehmerin.